Imported Magic Malt Premium. Dark Malt Beverage. Premium Non-Alcoholic. Auf jeden Fall Premium das Ganze. Und ohne Alkohol, ich erwarte mal was ich als Malzbier kenne, kommt in dem Fall aus Holland. Sehr süßes Malzbier, aber auch sehr malzig, muss man sagen. Surprise Level 2 von 10 ist Malzbier. Was der Barkeeper nicht kennt, score 6 von 10. Eieiei, ich hoffe es schmeckt nicht wie es aussieht. Hatta Cousin. Happiness just for you. Thank you. Hatta. Scheint der Hersteller zu sein. Ansonsten kann ich nichts lesen. Ah, das ist so eine Flasche. Okay, okay, okay. Shit. What do I do? Oh, oh. Oh nein. Ich bin zu doof. Oh, oh. Oh, oh. What do I do? Nope, nope. Oh, oh. Oh, oh. Ah. What? So. 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 Ja, genau so. Okay. Überfordert. Warum? Okay. So, Manuel, guck mal, was hier passiert ist. Direkt explodiert hier alles. Ich hab's erst überhaupt nicht gecheckt, wie man das macht. Ja, genau. Boah, alter Vater. Das schmeckt auf jeden Fall chemisch und nach Süßungsmittel. 4 von 10. Dido. Again. Den Hersteller kennen wir schon mal. Ansonsten kann ich überhaupt nichts lesen. Oder? Warte, nee. 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 Nichts zu erkennen. Sieht auf jeden Fall aus wie Orangenlimo. Klassiker. Schauen wir mal. Ja, Orangenlimo. Und wirklich so ein bisschen Orangenzester eher. Leicht bitter. Im Geruch zumindest. Cheers. Ja. Also erstmal hat's, wenn überhaupt, minimal Kohlensäure. Das war überraschend. Geschmackmäßig dann doch süßer als gedacht. Ja, das hat so ein bisschen so eine blumige Citrusnote. Also etwas Richtung Jusuf-Leicht oder Bergamot. Also nicht ganz Standard-Orange. Aber es ist auf jeden Fall eine Citrus-Limo, die tendenziell Richtung Orange geht. Also schon anders als jetzt eine Fanta oder so. Nicht schlechter. Ich sag mal Surprise-Level 4 von 10. Und was der Barkeeper nicht kennt-Score. Hm. 5 von 10. Wäre es nicht so flach, wäre besser. Also der Geschmack ist gut, aber es ist wirklich flach. Es ist einfach nicht sparkling. Hm. Na gut. Ach so, nicht mal eine 4. Ja, ja. Das ist geil. Aber das andere ist noch viel geiler. Das mit Alkohol. Das ist super. Ja. Annen. Untertitelung des ZDF, 2020